Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest and Model Tronadon mit Chantal, dem Wolfi, gleich den Wolfis und Mia Lafischi und wir sind jetzt auf diesem geheimnisvollen Weg und werden es jetzt erkunden. Und dahinten wir schauen zwei Quests. Ich auch. Ich weiß nicht welche. Ich auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich auch nicht. Achso, du kannst das Spiel auswendig. Nein. Drei. Danke. Ah genau, drei Zykloppen. Fuck the shit. Fuck the shit. Drei Zykloppen auf Level 42. Ist ja klar. Easy peasy. Die sind bestimmt genauso leicht wie damals auch schon. Ja super, ich schreibe mich immer an, dass du das nicht wegkann. Lauf dir einfach weiter vorweg und sag, wenn du den Heal brauchst. Und versuch in dieser Kampfstandarte am besten zu bleiben. Dann mach ich mir Schaden. Oh scheiße. Ich benutze noch meine ganzen Skills. Der ist dann halt echt lange überleben. Der ist jetzt gleich tot. Wie viel Leben hat der noch? Hm, nichts mehr. Und tot. Komm, tot. Haha, ich hab ihn bekommen. Mit meinem Messer. So schlimm waren die es aber nicht. Führe mich, Tampara-Krieger. Ich werde jetzt kommen wieder, Feinde. Ich glaub nicht. Wieso sollte das? Naja, weil wir ihn zurückbringen müssen. Lebendig. Steht das da? Naja. Das ist nämlich klar, ne? Ja, wo sollen hier noch Gegner kommen? Wir sind jetzt schon wieder da. Ja, ich hätte gedacht, wir spawnen da wieder. Wie lange ist es schon her? Das ist richtig lohnt, das Cliffhanger Ende. Der folgt dir, ne? Ja. Nein, der läuft einfach nur. Als ich scheiterte, meine Liebe zu... Oh, Fels. Kommt. Sie warf mich in eine Höhle. Schriftrolle des Irrsinns. Super, danke. Schriftrolle des Himmelszorns. Einige von uns sind vielleicht keine... Äh. Findet das Necromation und Säuberes von dem... Okay. Irgendwann ein bisschen Wodka kaputt kloppen. Du bist jetzt auch durch mein Portal gegangen? Ja. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn du durch Dighted gegangen wärst, weil dann hältst du mich noch. Das bestätigen müssen, dass du ein neues Portal setzen würdest. Ich weiß. Oh, hier ist ein Bossmonster. Heldenmonster, Heldenmonster, Heldenmonster. Alter, wie viel Fallfallen kann der machen? Ich bin richtig auf neidisch auf hier. Ich torze den kleinen Unfug um mich rum. Ja, Heldenmonster kann drei Pfeilfallen machen. Ich kann bis zu zwei gleichzeitig machen. Und er kann sich porten. Und er ist tot. Und zum Glück kriegt das Gold jetzt abfacken. Entschuldigung. Ich bin gleich Level Up. Ich bin noch zwei Striche davon entfernt. Erstmal alles looten, während alles gestunte. Super. Ich hätte es auch gelooten, wenn nichts gestanden wäre. Hatte eh gerade alles Agro auf dich. Du hattest Agro. Ja, aber ich habe keinen Schaden gekriegt. Man muss ja irgendwo sehen, wo man bleibt, ne? Du bist gelevelt. Ich weiß. Aber ich skill nicht. Du hast noch ein paar Geräte kaputt prügeln. Zum Glück mache ich den Extraschaden, was nichts bringt. Doch, Alter. Du machst den richtig Schaden. Ja, das ist mein Spezialtag, den ich jedem Gegner mache. Mein Extraschaden sind so ziemlich nutzlos da. Hexengewand. Geil. Ja, das war alles, oder? Ja. Teil der Klagen. Teil der Klagen erinnert mich an ein Hörspiel. Mach ich nur ehrlich, weil ich keine Hörspiele höre. Ja. Ich schon. Schon wieder erfackelt? Ist doch cool. Achso, das sind nur die Wichser. Hallo. Ich finde die voll putzig. Können wir die behalten? Jo. Vor allen Dingen die sind langsam, machen keinen Schaden, halten nichts aus. Fischi ist tot. Woran? An dem Vieh. Ich habe vergessen mich zu heilen. Ich habe vergessen mich zu heilen. Mein Portal ist offen. Dann kann ich immer was skillen, während du da unterwegs bist. Ist nicht so weit weg. Ich lauf kurz hin. Ich habe wirklich vor 2 Level vergessen zu skillen. Dann hatte ich... Oder... Ich hatte 5... Haben wir noch Punkte extra bekommen? Ja, nein. Eigentlich nicht. Müssten wir eigentlich, weil ich hatte 2 Punkte über. Weil ich hatte... Beim Level ab hatte ich 5 Punkte zum skillen. Ich habe jetzt noch 2 Punkte über. Also nein, wir haben keine extra gekriegt. Warum machst du noch 2? Achso. Vielleicht die Filterplätzen Level. Was skill ich denn mal schön hat? Äh... Einen hier rein. Und dann noch 2 da rein. Ich kann noch mal das hier skillen. Na ja, auf C kann hier auch anders skillen. Dann bin ich noch mal Stärke. Und Energie. Das bringt zwar nicht viel, aber... Man muss ja sehen, wo man bleibt, ne? Mhm. Ja, ich muss auch unbedingt mal Energie skillen. Deshalb spare ich mir ja auch gerade die Punkte. Kannst du nicht, wenn du deine Meisterschaft direkt rein skillst... Muss ich gucken. Muss ich jetzt eh demnächst, weil... Oh, hier geht es weiter. Ähm... Direkt wir mal schnell den Brunnen. Weil ich ja das nächste... Ach, da ist ein Brunnen. Okay, den habe ich nicht gesehen. Ach doch, klar habe ich den gesehen. Aber der ist mir zu weit weg. Du musst einfach nur 2 Meter weiter runter gehen. Ich bin genau neben dir. Da muss auch einer, wat? Mir gefällt, dass du jetzt Akku bekommst. Was war das zyklopische Grüne da? Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Ähm... Gucke ich gleich. Ich bin tot. Wow, fuck, danke, dass du gestunt hast. Ich war gerade am gucken, sonst wäre ich gestorben. Profi. How to Profi. Ich muss mal ein bisschen mehr an Eichenherz rein skillen. Ich dachte, das ist voll. Ja, aber in die noch höheren Skills meine ich. Die machen doch nur Energie, sagst du. Ja, aber egal. Ich habe nicht so viel Energie. Der da oben ist auch ein Brunnen? Ja gut, die sind wahrscheinlich in anderen Geländen, ne? Der da oben, den haben wir schon. Sicher? Ja, den kann ich von Afrika aus sehen. So, ja. Und den da hinten kriegen wir wahrscheinlich gleich hier erst irgendwann. Ja. Ja. Scheiße, ich hätte in der Zwischenzeit mal hochladen sollen. Also planmäßig stellen sollen. Weil sonst kommen die Videos... Oh nein! Nicht dieser Schwuckel. Aber wie sieht die schön aus? Mit den ganzen Leichen, die da in der Blutloch untergehen. Oh ja, stimmt. Da sind Leichen drin. Wahrscheinlich sind Seelen oder sowas. Ja. War schön animiert. Die sind richtig schlecht animiert. Ich weiß. Ah, guck mal, Kacke. Kaki. Ah, guck mal! Fledermäuzchen. Heulerin. Ach, die kann den Heuler nur. Das sind Furien und keine Fledermäuse. Boah, dieser Stun! Da unten haben wir auch schon, ne? Keine Ahnung, man. Dieser Stunt kotzt mich richtig an. Ja, hier waren wir schon. Ja, da unten, da waren die anderen Fledermäuse. Vor ein paar Parts waren wir hier schon. Boah, wie viel? Zwei? Drei. Das Gebiet muss hier unbedingt kommen, ey. Was? Das Gebiet hier muss hier unbedingt kommen, in diesen Gegnern. Aber da du Argross, ist mir das egal. Hier kriegen wir wahrscheinlich den... Welchen Schrein kriegen wir denn hier? Hier den Seelen schreien? Gift, denk ich. Die machen doch gar keinen Giftschaden. Also ich denke ja, dass die Seelen... Ich muss meine Nachbarn jetzt anfangen zu mähen. Musst du unbedingt ein Fenster aufmachen. Ja, ist warm. Mach die Heizung aus! Ist aus. Wie ist die Hand warm? Wie ist die Hand warm? Wie immer warm ist man. Achter, gestern war so todeswarm. Ich hab gestern schon wieder im T-Shirt gearbeitet. Meine dünne Jacke war gestern in der Wäsche, da musste ich meine Dicke anziehen. Bzw. Nicht Dicke, aber halt die. Und die war extrem warm da in der Stadt. Warum blau? How about no? Der Bogenschütze fickt mich gerade. Ja, müsst ihr jetzt schon mit eurer Maschine da draußen rumfahren, das ist laut. Wer denn? Welche mit Motorrädern, ich weiß nicht. Achso. Der Nachbar von unserem Kunden gestern hatte extrem geiles Motorrad. Reiskocher oder Motorrad? Motorrad. Ähm, aus dem Krieg. Irgendeins mit so einem Beiwagen. Richtig geiles Ding. Bist du mitgefahren? Nee, stand in seiner Garage, aber sah richtig cool aus. Aber du wärst gern mitgefahren? Ja, ich wär gern mitgefahren. Ich mag diesen dunklen Festungsstil. Ich auch, er ist schön. Oh no, 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 no. Pass, oh no, nein, da gehen wir nicht hin. Sicher? Wir gehen da hin. Nein, wir ignorieren das einfach. Nein, wir gehen da noch hin. Wie wäre nein? Wenn ich gelevelt bin, gehen wir da hin. Wann bist du gelevelt? Einen Balken noch. Ein bisschen mehr als ein Balken noch. Wie lange haben wir eigentlich noch? Weiß ich nicht. Was für ein Timer? Ja. Ich hab nämlich jetzt gerade... Ein Blauen ist angelockt. Du brauchst mehr Energie. Komm mal kurz. Noch 9 Minuten. 91 Schaden! Versuch mal eine da raus zu pullen. Ähm, ich hab jetzt ein Problem. Warte mal kurz. Ich hab zwei raus gepullt. Ich kann nichts mehr anfassen. Also nein, ich kann nichts mehr benutzen. Ist wenn ich Geschick hab. Oh fuck, 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 heal, heal. Ich kann dir gerade nicht helfen! Was? Ich hab keine Waffe. Ja egal, du solltest nur healen. Hast du irgendeinen Ring mit Geschicklichkeit oder sowas? Ja, Moment, muss ich gucken. Warum brauchst du Geschicklichkeit? Habe ich gerade so wenig Geschicklichkeit habe und ich kann nichts anziehen. Ich habe meine Waffe verloren. Ich mache keinen Schaden. Ich habe nichts mit Geschicklichkeit. Ich habe einen Speer, aber der braucht Geschicklichkeit. Wie viel? 228. Fuck! Ich habe einen Ring mit 19 Geschicklichkeit. Scheiße! Was? Der macht mir nicht genug Geschicklichkeit. Wie hast du es geschafft, dass du es nicht mehr benutzen kannst? Hat man einen Speer in der Hand genommen. Scheiße, ey! Ja, da muss ich kurz in die Stadt. Ich habe das Teil da unten jetzt übrigens gekleert. Okay, hier ist noch ein Liederner. Gut. Es ist übrigens scheiße, wenn man nur Sachen anhat, die man gar nicht benutzen könnte eigentlich. Ja, deshalb verlass ich mich ja nicht so auf so eine Scheiße. Und ziehe keine Ringe deshalb an, weil ich brauche die Punkte so. Guter Tag, um deine Last zu schmälern. Ach ja. Dahin sind übrigens auch noch blaue. Okay, das Schild ist zwar geiler, aber ich habe jetzt einen anderen Schild angelegt, damit ich mehr Schachen mache. Bei mir ist dein Gepäck sicher! Ach so, habe ich nicht so das Gefühl, dass Schilder irgendwas bringen. Machst du mal bitte kurz ein Portal? Geh doch einfach durch deins wieder. Ist doch voll weit weg, oder nicht? Ey, das ist direkt neben mir gewesen. Ach ja. Ach ja. Jetzt habe ich eins aufgemacht. Hast du gerade doch mal ein Portal in der Stadt aufgemacht, damit du... Nein. Ach so, bei mir ist das Portal bei dir gerade weggegangen und dann warst du die ganze Zeit nicht da. Dann dachte ich, du hast irgendwie ein neues gemacht. Ich mache jetzt ein bisschen mehr Schaden. Oh, look, Anope. Oh, fuck. Ich bin tot. War gestunt. Die auch. Von den Schafs-Fledermäusen. Die nägern mich richtig weg, Alter. Machst du kurz ein Portal. Ey, das ist 10 Meter weiter weg. Okay. 120 Tore oder so jetzt so ungefähr. Ich hasse diese Viecher, die einen stunnen, Mann. Die machen mich richtig fertig. Vor allem, weil ich richtig lange gestunt bin immer. Ich nicht. Oh, ich bin nicht mehr allein und die Tür ist offen. Ich bin nicht mehr allein und die Tür ist offen. Meine Tür. Meine Zimmertür. Nein, gerade nicht. Meine Tür ist übrigens doch zu. Trink. Nee, muss heute Abend fahren. Deine Freunde kann fahren. Kann sie, ja. Wird sie aber, glaube ich, nicht. Leon kann fahren. Nein. Schade. Der hat immer noch keinen Führerschein. Äh, wir müssen da oben noch was erkunden, ne? Wo? Hinter mir. Da standen noch Gegner rum. Das sind aber blaue. Unter anderem, ja. Ich dachte, du hast es übersehen, aber wir können dran vorbeigehen. Vielleicht können wir die ja foppen von hier oben. Foppen? Ja, es geht theoretisch. Ich kann mit meinem Messer auch, mein Gott. Hier ist ein Blau hochgekommen. Zwei Blaue. Zwei. Blaue. Ja, man merkt, dass ich mehr Schaden mache. Hilfe. Ich mache jetzt nämlich auch Bonus-Schaden. Wir brauchen hier. Thanks. Hast du gerade einen Schrein? Den habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Du brauchst Erfahrung schreien oder Frost schreien? Nee, Erfahrung. Warum ist da unten hier ganz viele tote Tiere drin? Egal. Ich nutze immer das einfach und gehe hier oben lang. Waren wir da oben nicht schon? Nein, hier ist eine Höhle. Oh. Okay. Du hast wahrscheinlich dann der Boss hier von dem Gebiet. Ja, kannst du hören. Weil wir das Steinchen kriegen. Ja, irgendwie waren wir bisher die ganzen Bosse in der Höhle, ne? Ja. Könntest du mich zwischendurch auch mal heilen? Ja, ich muss mich selber zwischendurch andauernd heilen. Ja, aber wenn ich so tot bin mit 100 HP. Du musst mir was sagen, wenn ich dich heilen soll. Der Balken auf der linken Seite stimmt nicht so ganz. Das Necromantie und ja, wir sollen das doch reinigen irgendwie, ne? Was war das, ein Heilschrein? Ne, ein Regeneration schon. Was macht denn der? Lebenkuss, ne? Ja, Leben und Energierate höher pro Sekunde. Regeneration also, okay. Nein, er erhöht die Rate der Heilung und der... Er erhöht also die Regeneration, okay. Ne. Ne. Ich level gleich. Dann können wir endlich das Monster-Camp da unten töten, was ich schon lange getötet hab. Du mich kriegst mit dem Erfahrungsschrein genauso wenig wie ich. Also irgendwie... Ja, weil du viermal Monster tötest, doch? Du tötest die ganzen Monster, wenn du auch immer sagst. Du machst aber die meisten Schaden. Ich bin nur noch los. Ich mach ja auch die meisten Schaden. Ich bin tot. Ich sterbe auch viel öfter als du. Und du auch, übrigens. Ich sterbe einfach viel öfter als du. Weil ich viel weniger Leben hab, unter anderem. Das ist total wenig. Ich hab 1000 Leben weniger als du. Wir haben übrigens noch eine Minute zu 30. Okay. Eine Minute zu 10, meine ich. Okay. Wollen wir dann noch ein Part machen, dann? Wär dann der dritte, ne? Ne, wär dann der vierte. Oh, fuck. Ja, der vierte. Nein, du, heute wärst der dritte, den wir aufnehmen. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, ob ich Lust hab. Muss ich gleich mal kurz gucken, ob ich gleich noch arbeiten muss. Oder besser gesagt, mal gucken muss, was ich dafür brauche. Wo warst du? Hä? Ähm. Ein Kumpel, die Tante von einem Kumpel will was gepflastert haben und, äh, die macht mir dann was zu essen dafür, dass ich da pflaster und dann ist es okay. Okay. Weil Schwarzarbeit ist böse Kinder, sowas macht man nicht. Damit zerstört man, äh, das Deutsche Reich. Ja, Schwarzarbeit, du machst einfach nur netten Dienst. Ja, ja, genau. Ich, äh, mach Freundschafts-, äh, nein, Nachbarschaftshilfe nennt man das. Oh, ich weiß, warum wir gestorben sind. Ich will blau sein. Ich weiß, warum ich schon wieder sterbe. Du musst jetzt mal mehr Skills anbekommen. Mein Heal hat nicht gezogen. Ich hab viermal auf Heal geklickt, danke. So level ich von heute nicht mehr. Machen wir bitte Portal. Ist da. Genau wie der Part-Timer. Ja, wir machen jetzt noch hier eben zu Ende. Das komplette Teil? Ja, im nächsten Part dann. Aber die kills hier noch halt. Der Typ geht mir so richtig auf den Sack. Ich will mal, du solltest übrigens erstmal den Grab aufheben, weil du sonst... Ja, ich bin da vielleicht nicht hinkommen, aber scheiß blau. Doch, fuck, hier sind noch zwei. Keiner. Nein. Keiner. Wie lange wolltest du die jetzt noch aufnehmen? Äh, ja, die hier noch kalt machen, dann mal gucken. So, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.